ARD Text im Auftrag von Funk 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 Geht! 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 Man lässt sich nicht mehr auf den Weg gehen. Ich bin nicht mehr auf den Weg. Geht! 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 Jaaa! Jawoll! Jaaa! Was ist das für mich doch vor, oder? Oh! Geht! Geht! Oh! Oho! 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 Das kann ich nicht mitdrehen, weil ich das mache immer so. Ja! 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 Wer schreibt den Namen? Wie ist der Wiednis? Mir ist anliegen kein Glück. TOR! Ehrlich ruft noch? Hosenberg hat sich ja nicht mehr verstanden. OI! Von denen meinte ich. Guck mal, jetzt kommt der Tor. Mir hat es nicht mehr so geschmeckt. Ich hatte Glück. Ne, die Suppe kam drei Stücke. TOR! Nein! Ja! Ja! Das ist ein schönes Tor. Ah jaaaa! Ja! Habe ich den blauen Fühl? Ich weiß, ein Tor. Ja! Oooo! Hey, 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 hey!